Die Hochwoche geht da jetzt zu Ende. Ja, zu schnell. Hat ja viel Spaß gemacht mit dir. Dir auch? Ja. Ich habe mir noch eine kleine Überraschung für uns überlegt. Ich wollte mal probieren, noch ein bisschen romantisch zu sein. Okay. Meine Idee war es, Sarina einen meiner Lieblingsorte zu zeigen, wo ich halt gerne mit ihr gemeinsam in der Zukunft Zeit verbringen möchte. Ah, das sieht ja heiß aus. Ja klar. Heißer Quart, heiße Frau. Ich finde das total geil. Also es ist Action. Und dann konnte ich ja auch mich gleich gut an den Rand kuscheln, dass ich auch ja nicht über Bord gehe. Und? Mir war es. Voll cool. Du hast auf jeden Fall einen heißen Reifen gefahren gerade, ne? Haben auf jeden Fall Temperatur. Ich finde so kleine Überraschungen total schön. Also die kleinen Dinge erhalten ja auch die Liebe, ne? Mit dem Picknick an seinem Lieblingsplatz, das war natürlich eine wunderschöne Idee. Die Woche hat viel Spaß gemacht, hat mir auf jeden Fall eine Freude gemacht, mit dir so viel Zeit zu verbringen und den Hof zu zeigen, wie ich lebe. Wie fandest du es denn bis jetzt? Also ich fand es sehr schön bei dir, eine wunderschöne Zeit und weil wir uns einfach so gut verstanden haben und weil ich dann schlussendlich dann doch auch Gefühle für dich entwickelt habe. Und ich finde halt auch, dass das zwischen uns einfach harmoniert und ich fühle mich halt extrem wohl bei dir. So eine tolle Frau wie dich kennenzulernen, rechnet man ja eigentlich gar nicht. Aber ja, manchmal hauen Sachen einen um oder Menschen einen um und diese Woche, was du, die nimmt, die mich umgehauen hat. Bei dieser Arena ist einfach das Gesamtpaket, was passt. Sei es das Aussehen, ihr Charakter, ihr Verständnis für das, was ich mache, die Tierliebe und halt die verrückte Art, wo ich halt auch ein bisschen drauf bin. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du vielleicht wiederkommst oder gar nicht gehst, wenn du das dann natürlich auch möchtest. Ja, würde mich sehr freuen. Ja, mein größter Wunsch aktuell ist, in der Arena, wenn das so weiterläuft wie bis jetzt, eine Zukunft mit dir aufzubauen. Ja, mein größter Wunsch integrated ist, dass Corona nicht sazuferem. Vielen Dank.